Ja, was sind eigentlich diese Po-Ups und was macht sie so erfolgreich? Das würde ich jetzt mit euch einmal kurz besprechen, denn gefühlt sprechen wir in unserem Paris-WhatsApp-Chat eigentlich gerade nur noch über ein Thema Po-Ups. Und auch vor Ort war es irgendwie so gang und gäbe Visitenkarten hatten ausgedienst, man tauscht jetzt nur noch Po-Ups aus. Doch ja, was ist es genau? Warum macht es so viel Spaß? Wie bekommst du sie? Oder vielleicht sogar, wie erstellst du sie selbst, wenn du irgendwie in der Firma arbeitest oder wenn du halt die Visitenkarten adakt anlegen möchtest und so in Kontakt bleiben möchtest. Das würde ich mit dir hier jetzt mir mal angucken im Detail und dann auch bei Fragen natürlich zur Verfügung stehen. Hey, ich bin der Wüstingel. Willkommen auf dem Kanal zum Thema Web3 und Po-Ups. Tatsächlich habe ich auf meinem Discord wohl die weltweit erste Po-Up-Mastermind, würde ich tippen. Das ist dieser Kanal, wo ich meine Tipps laufend teile. Das heißt, wenn du schon mal einen Po-Up hast, dann bekommst du da Zugriff. Wenn du ihn noch nicht hast, dann sprich mich auf der nächsten Konferenz an oder geh auf den Twitch-Kanal von mir, da bin ich meistens morgens live. Link ist in der Beschreibung, aber jetzt gehen wir rein. Also du hast das vielleicht schon mal gesehen, Po-Ups, was ist es? Vielleicht gehe ich mal einen Schritt zurück. Warum sind sie so erfolgreich? Und ich bin mir sicher, es sind Kombinationen aus, es macht irgendwie Spaß, es kostet nichts und es bringt Menschen zusammen. Also Freibier irgendwo oder irgendwie ein Konzert, Bonner Rheinau im Sommer, kostet auch nichts. Macht auch mega viel Spaß, bleibt im Kopf hängen. Und genau darum geht es. Also rein technisch, er heißt es Proof of Attendance Protocol. Ich glaube, nicht so spannend. Vielleicht sind sie auch mal technisch gestartet, aber wenn man sich die Website schon anguckt, es geht hier viel mehr um Storytelling. Wenn man sich hier diese Pastellfarben anguckt, da steht doch schon, wofür ist es überhaupt? Also es gibt verschiedene Anwendungsfälle. Zum einen, Conferences, kommen jetzt gerade aus Paris. Die Wallet ist voll mit Po-Ups. Und generell geht es halt um Erinnerungen. Für mich ist der Plastus-Vergleich mit der realen Welt, dieser Sticker auf deinem Koffer, wenn du an einem wunderbaren Ort warst, Italien sage ich mal, fährst nach Hause und dann knallst du diesen Sticker auf deinen Koffer. Und immer wenn du dann diesen Sticker siehst, erinnerst du dich im Moment, wo du in der Sonne am Campo di Fiori saßt, in diese Butterbrot-Papiertüte reingegriffen hast und die leckersten Kekse deines Lebens gegessen hast. Das ist so die Story, die Erinnerung. Und im Grunde kann man sagen, sie gehört auch nur dir. Das ist schon relativ wichtig zu verstehen, dass so ein Po-Up selbst hat fast gar keinen Wert. Im Grunde kann sich ja jeder diesen Italien-Sticker auf irgendeiner Tourismusmesse einfach kostenlos stapelweise irgendwie in die Tasche stecken oder sogar auf den Koffer kleben, obwohl er gar nicht da war. Also eigentlich der Wert passiert nur hier. Es gibt ein paar Ausnahmen, da kommen wir auch gleich zu. Ich habe es auch schon gezeigt, wenn es darum geht, zum Beispiel wie hier auf meinem Discord-Kanal, die Leute, die an einem bestimmten Ort waren, noch irgendwie zu rewarden. Also du bist da, es gibt irgendwie eine Story. Derjenige, der irgendwie auch vor Ort ist, der Event-Hoster oder die Person hat sich entschieden, diesen Po-Up irgendwie zu kreieren. Letztendlich ist es, und das ist eigentlich das Witzige, ein Po-Up ist ein NFT. Und das ist eigentlich auch das Coole. Es ist ein kostenloser NFT, den du in dem Moment claimst. Oder noch cooler, du siehst jemand, der hat vielleicht noch keinen NFT und ist irgendwie interessiert im Thema. Das ist eine perfekte Gelegenheit, dass jemand zum ersten Mal irgendwie in Berührung kommt und schon vielleicht mit einem NFT startet. Und das habe ich ja schon geschrieben. Also es geht letztendlich darum, die Leute irgendwie zusammenzubringen. In der Wallet später zu gucken, mit wem hast du dich denn später getroffen. Wer nutzt schon überall Po-Ups? Hier sind jetzt eine ganze Menge von Unternehmen und Brands gelistet. Wenn du auch irgendwie einer Company angehörst und irgendwie ausloten möchtest, ob das was für euch ist. In der Beschreibung ist ein Link, da können wir gerne mal telefonieren. Ula kommt, wie gesagt, auf meinen Token-Gated-Discord. Das Ganze gibt es schon seit 2019, also relativ alt. Und es wurden auch schon über 6 Millionen Po-Ups gemintet. Und das Ganze auch ganz besonders fast kostenlos. Man denkt ja eigentlich immer so bei NFT und Blockchain, dass da immer ein bisschen Gas-Fees dabei sind. Dadurch, dass hier eine bestimmte Blockchain verwendet wird, ist es praktisch kostenlos. Und ja, wie verdient Po-Ups jetzt Geld? Im Grunde genommen geht es darum, dass hier bei den großen Playern, dass da bestimmte Vertragskonventionen irgendwie ausgearbeitet werden. Aber wenn du jetzt ein normales Unternehmen bist oder natürlich ein End-User, dann fallen da gar keine Kosten an. Hier auch nochmal gut zusammengepasst. Die Bookmarks deines Lebens. Oder du kennst vielleicht auch den typischen Reisepass mit den ganzen Stempel drin von den Ländern. Ist auch im Entferntesten damit vergleichbar. Cool natürlich auch, dass man so ein bisschen natürlich auch auschecken kann. Denn gegenüber, was ist das so für ein Dude? Ist der mehr so auf so, ich sag mal, GitHub, ETH Denver-Konferenzen unterwegs? Netflix oder ApeFest. Wo kommt der ungefähr her? Wo engagiert er sich? Vielleicht auch irgendwelche Spenden. Da kann man natürlich auch mal ein bisschen was irgendwie so herausfinden. Also im Grunde sagt deine Po-Ups-Sammlung auch viel über dich wiederum aus. Das war jetzt schon mal so die Einleitung. Kommen wir jetzt eigentlich zum nächsten Schritt. Was brauchst du eigentlich? Und du brauchst fast gar nicht. Du brauchst einmal eine App hier. Kannst du dir im App Store die Po-Up-App runterladen. Die erscheint auch sofort, ist kostenlos. Und nachdem du sie studiert hast, kannst du sie auch sofort nutzen. Und das ist schon wirklich ein Riesenvorteil. Du installierst sie, musst nur einmal eintragen. Hier sieht man es in dem Bild ganz rechts. Für wen sammelst du überhaupt diese Po-Ups? Es ist jetzt nicht so, dass du irgendwelche Seed-Phrases eintippen musst oder Passwörter oder wie auch immer. Sondern du gibst nur ein, okay, wie lautet eigentlich deine Wallet-Adresse? Und dann kannst du sozusagen direkt mit dem Handy anfangen zu sammeln. Wie sammelst du jetzt die Po-Ups? Hängt ein bisschen davon ab, was sich sozusagen der Event-Fahrungsfelder ausgedacht hat. Und natürlich auch, wo und wie das Event stattfindet. Hier gibt es noch einen kleinen Artikel. Also die nennen 9 Möglichkeiten, wie man so ein Po-Up verteilen kann. Ich springe da einmal ganz kurz durch. Das eine ist, also hier nennen sie es Po-Up-Kiosk. Die sagen aber, für welchen Anwendungs-Track ist das Beste. Also in-Person-Events, wenn irgendwo der in-real-life-Event ist. Und zum Beispiel jetzt NFT-Paris-Messe. Da ist ein QR-Code an einem Bildschirm. Und ich gehe mit meinem Handy ran, scannen ab. Und schon habe ich den QR-Code in meiner Wallet. Und ganz wichtig, damit ich jetzt nicht einfach für meine DJs, die zu Hause bin, ein Foto mache von dem QR-Code und einfach das in die Welt versende, ist es so, dass ich diese solchen Kiosk-Links nach jeder Benutzung refreshen. Das heißt, also der wird dann, ist das erst dann verbraucht, refresht sich und wenn dann das Foto im Umlauf ist, dann ist es halt egal, weil der Code halt schon verbraucht ist. Und das ist einfach, das sieht man auch, das ist dem Po-Up-Team relativ wichtig. Diese Proof of Attendance, darum geht es dem schon. Das soll irgendwie, ja, bewerkstelligt werden, dass ich das halt nicht so irgendwie verbreite und dann halt die Leute reinnehmen, die gar nicht am Event waren. So, hier steht jetzt, okay, In-Person-Events, aber ich habe hier einen zweiten Twitch-Kanal, wo es nur ein bisschen Kryptokurse und so geht. Da sieht man zum Beispiel, da habe ich auch diesen Po-Up-Link eingeblendet. Wenn ich jetzt mal, ich probiere es mal, das mal einscanne mit meinem Handy, könnte es sein, dass sich der Code tatsächlich ändert. Und, ihr habt es vielleicht unten gesehen, also hier ist jetzt erst mal, kommt auf dem Desktop, alles klar, kommt erst mal im Game und der Code hat sich dann eben geändert. Dann die zweite Möglichkeit, das sind einfach, ja, NFCs, nicht NFTs, sondern NFCs, das sind oft so Karten. Das sind auch manchmal einfach nur so, ja, Sticker, die sind so groß wie ein AirTag ungefähr, also ungefähr so das Format. Man kann sich das auch gut, ich habe mir das so gemacht auf meinem Handy, hier einfach hinter diesem Po-Up-Aufkleber ist so ein kleiner, man sieht es ein bisschen durch das Licht, dahinter ist einfach der NFC-Chip. Und das reicht, dass halt dein Gegenüber, sofern er diese Funktion aktiviert hat, bei Apple ist es, glaube ich, immer irgendwie aktiviert, und oben bei Under Notch ist sozusagen das Lesegerät, draufhält und schon kommt man eben auf die Webseite. Das geht ganz gut. Und dann ist es auch noch so, es gibt diese IYK-Devices und Karten, die Po-Up so in so einer schönen Schatulle dann an, sag ich mal, größere Kunden und Enterprise-Kunden einfach rausgibt. Und teilweise auch auf bestimmten Konferenzen kann man die auch claimen. Und die nächste Methode, ich glaube, die kennen die allermeisten, ist das Secret-Word, weil nämlich auch durch dieses Daily Doors und Zen Academy, die ganzen Twitter-Spaces, da sind ganz, ganz viele Menschen mit diesem Thema Po-Up in Rührung gekommen, weil es auch irgendwie Spaß gemacht hat. Man kommt mit Leuten in Kontakt, man kriegt die NFT-News mit, man hat eine schöne Zeit und am Ende bekommt man noch eine Erinnerung an den Twitter-Space, indem man dann irgendwie ein Wort bekommt, zum Beispiel hier das Wort Boom, Pow, Fun oder jetzt, keine Ahnung, Paris. Das tippt man dann schnell in die App ein und schon kriegst du deinen Po-Up schnell. Weil natürlich ist es auch so, wenn jetzt dieses Wort Paris, wenn die das für, ja, zwölf Stunden aktivieren, dann ist natürlich klar, das Keyword Paris wird dann halt immer weiter gespreadet und es nicht mehr sicherstellt, dass nur die Leute, die vor Ort oder halt in dem Space waren, dann da waren. Als nächste Möglichkeit, das nennt man einfach eine direkte Delivery oder Airdropping. Das ist das Einfachste. Ihr müsst gar nichts machen. Also, ihr geht, das ist mir tatsächlich passiert, ich gehe auf die Konferenz in Paris und in dem Moment, wo ich gescannt worden bin, hat der Veranstalter mir schon mein Attendance-Po-Up in die Wallet gespült, was ich ziemlich cool finde, denn so sammeln, werden halt auch Leute geonboardet, die vielleicht sonst nicht den Claim gemacht hätten. Dann gibt es noch die Möglichkeit, Poops käufig zu erwerben, ist eine Beta-Phase, eher so ein Startup, das ist auch das Coole an Poop, die probieren viele aus. Also, die haben dann einfach kleine Entwicklerteams, die einfach mal an so einem Checkout-System arbeiten und da dann halt die Möglichkeit geben, Poops zu verkaufen. Warum? Zum einen kann man natürlich sagen, so eine Art Schutzgebühr, aber auch um irgendwie Funds zu raisen. Also, wenn man da irgendwie die Gebühr entsprechend hochmacht, du kannst dann irgendwie direkt eine Wallet hinterlegen, zum Beispiel, keine Ahnung, erdbebenopfer.eth und das dann direkt so einrichten, dass alle Funds halt direkt dahin gehen. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, die sogenannten Claim-Links sind das. Also, ich kopiere das mal hier rein, der sieht dann so aus, das ist jetzt das, was mal in der Zwischenablage war. Das ist einfach, man erzeugt den Code und bekommt dann einen Claim-Link zugeschickt. Der ist nur einmal verwendbar. Das ist im Grunde genommen das, was bei dem Kiosk sozusagen im Hintergrund passiert. Den bekommt man und den kannst du dann halt einlösen. Und dann hast du, wenn du auf die Seite kommst, hier so ein Input-Field, tippst dann deine ETH-Adresse ein, tippst auf Enden, damit halt hier der Poop gemint ist. Vor allen Dingen hat es zwei, finde ich, sehr valide Cases. Das eine ist, jetzt auch Beispiel Paris, oh, wir haben uns getroffen, Internet war kacke. Und es war wirklich so. Dann kann man die Möglichkeit haben, danach einfach die Claim-Links per DM oder so zuzuschicken. Oder du hast jetzt irgendwie ein Online-Webinar oder irgendeine Art von Online-System, durchaus Web 2 oder Eventbrite, also irgendwas, wo du eine Liste hast von ganz vielen E-Mail-Adressen. Und dann kannst du halt einfach die E-Mail-Adressen exportieren. In Excel eine zweite Spalte mit den Poop-Links dazu. Und dann Mail-Chimp oder was du halt nutzt. Und dann einfach eine individualisierte E-Mail rausschicken, wo jeder Empfänger einen unterschiedlichen Claim-Code bekommt. Dann können halt alle Teilnehmer dann ihren Poop noch claimen. Also das sind so die geläufigsten. Ich fasse das nochmal zusammen, weil es jetzt nicht so viel war. Also es gibt zum einen das ganze Thema NFC. So mache ich es, weil es halt irgendwie so ein bisschen so einen haptischen Aha-Effekt hat. Ich halte meine Karte hin und der Gegenüber kann es mit seinem Handy scannen. und der Poop ist in der Wallet. Dann gibt es diese Kiosk-Systeme. So würde ich es machen, wenn ich zum Beispiel einen Stand auf einer Messe habe oder halt in meinem Twitch-Stream. Da ist die zweite Möglichkeit oder die dritte Möglichkeit, direkt die Claim-Links an die Leute raushauen. Wenn du dann deine Poops gesammelt hast, dann sieht das Ganze so aus. Ich muss nur sagen, in der App ist es noch ein bisschen schöner. Aber hier am Desktop kriegt man auch einen kleinen Überblick, wie das so aussehen könnte. Also das sind jetzt deine ganzen Stempel, ein bisschen sortiert nach Jahr und Monat. Und man kann dann zum Beispiel auch auf eine kleine, man kann dann zum Beispiel auch auf eine einzelne Poop draufklicken. Alles klar. Zum Beispiel hier Poop Art Celebration habe 29 Leute daran teilgenommen. Und ich war immerhin der dritte Teilnehmer, der hier relativ früh das gemintet hat. Und nach mir kam dann zum Beispiel noch Avocadosalat. Man sieht, dass Avocadosalat auch schon immerhin 285 Poops gemintet hat. Man kann aber jetzt auch zum Beispiel, wie gesagt, auschecken. Okay, der kommt mir noch irgendwie bekannt vor. Wo treibt er sich sonst so rum? Alles klar. Vielleicht hier eher asiatischer Raum. Vielleicht eher so ein bisschen technisch orientiert. Also, das war jetzt so der erste Teil des Videos. Ich mache vielleicht noch eine kleine Abgrenzung. Was ist vielleicht Poop nicht? Also mit diesem Versuch, auch so in Richtung Checkout und Spenden zu gehen, das könnte funktionieren. Da wiederum gibt es aber zum Beispiel aus Deutschland die Company AidDrop. Die machen fast das Gleiche. Die machen Proof of Donation. Das heißt, du spendest auf deren Webseite an einem bestimmten Kurs, wie man es vom Better Place kennt, und bekommst dann sogar die Spendenquittung am Ende. Und da gibt es natürlich das ganze Thema Zertifikate, Zeugnisse und ja, Nachweise. Das ist halt auch die Frage. Also, man kann natürlich jetzt einem Teilnehmer deines Online-Lehrgangs diesen Poop droppen. Das geht noch. Die Frage ist, ob man jetzt einen Absolvent von einem Pilotenschein, einen Pilotenschein Poop droppt, weil der halt den Prinzip bei diesem Pilotenschein auch einfach weitersenden kann an seinen Bekannten. Und natürlich wissen wir alle, es macht keinen Sinn, dass der Bekannte dann einfach ein Flugzeug fliegt. Das versteht sich von selbst. Deswegen, sie gibt es hier auch wiederum noch zur Abgrenzung gibt es sogenannte Soulbound-Token. Das sind also Token, die auf der Blockchain nicht übertragen werden können. Poops wiederum können übertragen werden, sogar kostenlos. Es gibt einen Artikel von Poops selbst, wie man das macht. Das ist ein bisschen technisch, dauert aber nur drei Minuten. Fragt da gerne auf meinem Discord-Kanal nach. Wichtig, man muss auf keinen Fall oder man braucht sie nicht auf OpenSea zu migrieren. Das kostet auch irgendwie 0,1 EVE. Das ist nicht, weil sich Poop die Taschen machen voll. Dabei verdienen sie auch kein Geld. Das ist mehr so eine Schutzgebühr, dass nicht OpenSea hier mit so verifizierten Poops überschwemmt wird, weil nämlich das Bild, komme auch gleich noch zu, der jetzt nicht freigestaltet werden kann. Da könnte ich jetzt einfach einen Porsche hochladen, der ist verifiziert und den dann für 0,5 EVE verkauft. Macht natürlich keinen Sinn, deswegen haben die da eine Schutzfunktion drin. Was aber aktuell nicht geschützt wird, ist, dass sie nicht übertragen werden können. Hier gibt es ja von dem super, super sympathischen Founder, Patrizio, Worthalter. Ich habe ihn gefragt, wo der Name herkommt. Er hat mir stolz seinen Pass gezeigt in Paris. Also er hat mir dann erklärt, was Worthalter heißt. Und klar, dass man zu seinem Wort steht, aber er war halt irgendwie cool zu hören. Also Feuer und Flamme durch und durch. Hier steht wiederum, Minting Solborn Tokens. Da würde ich sagen, ist entweder nicht ganz richtig oder aber, sie wollen da auch noch hin. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich würde jetzt zum Beispiel Sachen wie Zertifikate, Nachweise, Schulung nicht daran abhängen. Da gibt es halt Solborn Token, wir suchen hier, Zen Academy. Das ist jetzt forever in meiner Wallet. Das wird ja auch nicht rausgehen. Wächst zum Beispiel auch, der bekommt mein Profilepaktor, der bekommt meine erste Qualifikation, meine zweite Qualifikation und so weiter. Das ist also ein lebender NFT-Prop. Im Grunde sammelt man einfach wie ein Sticker und fertig. Und wichtig vielleicht auch da noch, ein Sticker auf einem Koffer hat halt nur den Wert für dich. Wäre jetzt wirklich was wert, weil ich vielleicht mit diesem Sticker dann nach kostenlos fliegen kann, dann wiederum haben wir ein Problem, weil dann natürlich eine falsche Inzentivierung am Start ist. Dann sieht man auf einmal, dass sich auf den Messen und so die Leute halt stapelweise von diesen Stickern holen, wie jetzt auch bei Porsche und so weiter oder auch bei Dailydose oft gesehen worden ist. Das ist, würde ich sagen, ein mittelgroßes Problem, weil, da will ich PORP nicht zu nahe treten, mit Security haben sie es nicht so oder anders ausgedrückt. Der Ledger stand, der war in Paris direkt gegenüber. Es täte, glaube ich, ganz gut, wenn sie da ein bisschen mal das Know-how austauschen würden oder anders ausgedrückt, positiv formuliert, auf Deutsch würde man sagen, ganz langweilig, der Schutzbedarf ist halt nicht hoch. Also, solange es keinen großen monetarer Wert von den PORP gibt, ist es auch nicht schlimm, dass es vielleicht sicherheitsarchitektonisch nicht ganz so toll ist. Also, zum Beispiel habe ich gesehen, dass selbst am PORP stand, konnte man die PORP, sag ich mal, abfarmen. Mir wurden einfach schon auf Twitch einfach hunderte PORP abgefarmen. Ich sehe auch oft, dass die Anwender zum Beispiel oft irgendwelche Links sharen, die man so nicht sharen dürfte. Ist aber jetzt, geht es ins Detail und ist auch eigentlich nicht schlimm, wie gesagt, weil es geht darum, da irgendwie eine Memory zu erschaffen und es gibt selten den Fall, dass das jemand wirklich abused. Okay, du hast es jetzt verstanden, hast vielleicht schon deine ersten 20, 30 PORPs gesammelt und jetzt willst du selbst loslegen und wie genau funktioniert das? Und das ist im Grunde genommen sehr, sehr einfach. Es gibt eine noch eher einfache Webseite, aber die ziehen peu a peu alles nach, wo du erstmal hier auf einen Blanko-Formular kommst. Also, app.poop.xz Create Drop, nennen wir das. Also, was möchtest du eigentlich als PORP feiern? Dann, das ist so eine Art Description. Ja, ist es online oder virtuell? Wann geht es los? Wann endet es? Noch eine Webseite? Und natürlich am Ende ganz wichtig, so eine Art, wie soll das PORP aussehen? Und wie viele brauchst du? Okay, ich habe das Ganze schon mal vorbereitet, wie jetzt bei meinem Wüstennägel PORP. Also, ganz oft, du hast Wüstennägel getroffen. Manche machen das noch irgendwie, du hast Wüstennägel getroffen in Paris, in Köln. Ich mache einfach eins für das Jahr 2023. Habe hier einfach nur drei catchy Bullets reingeschrieben. Alles klar, wir haben uns getroffen. Lass uns irgendwie in Kontakt bleiben. Da kann man auch LinkedIn reinschreiben. Ich habe halt meinen Link-Tweet drin. Und wann geht es los? Wann endet es? Hier nochmal eine Webseite, Standard-Template und dann hier meine PORP-Grafik. Und, trust me, ich habe zwei linke Hände, was so Layout und Design angeht. und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder geht ihr hier auf Discord in den PORP-Ton. Discord ist nicht offiziell von Discord, sondern ja, Community, Hackathon, wo man auch so Layouts ausschreiben kann, so wie bei 99 Designs. Der Beste gewinnt dann, kriegt dann glaube ich 500 Euro oder so, oder aber. Also, Canva ist halt einfach die Antwort auf alles. Hier gibt es Vorlagen und ihr macht euch einfach hier so ein Circle und dann haut ihr da irgendeine Grafik rein. Dann kann man hier noch auf Animieren klicken oder so und dann ist es fertig. Also Sache von zwei Minuten. Und das kann man dann hier hochladen, klickt auf Save, dann dauert es ein bisschen. Und es gibt auch, die werden auch alle recht stark so per Hand kontrolliert, was gut ist. Die sind auch sehr freundlich und man ist sehr lösungsorientiert. Hier gibt es auch so eine Chat-Bubble und die haben ja auch schon ein paar Mal weitergeholfen bei Dingen, wo ich überhaupt nichts zu konnte. Also, das kann ich nur ermutigen. Aber die sind auch manchmal ein bisschen genau, sage ich mal. Die wollen die Qualität hochhalten, der Drops. Manchmal ist er auch so ein bisschen so, ich beantrage irgendwie 100 und dann kriege ich nur 50. Da muss man so ein bisschen sich rantasten. Seid da also nicht irgendwie in Sorge, wenn das erstmal nicht klappt. Bisher wurde noch jeder geonboardet, den ich da irgendwie gesehen habe. Also, ihr füllt das aus, klickt auf Save, dann kriegt ihr direkt eine E-Mail, wo auch hier so ein Edit-Code drin ist, der nochmal in der E-Mail steht, dann schreibt ihr euch auf und dann in der E-Mail sind dann so 50 von diesen Claimings drin, die ich eben gezeigt habe. Das heißt, die sind dann schon bereit, den Leuten per Hand zu schicken oder einfach mal selbst zu testen, einzulösen, per E-Mail-Verteiler zu schicken. Oder aber, ihr macht halt diesen Kiosk auf der Kiosk-Grab-Seite von Poop, könnt ihr einfach diese, ich sage mal, 50 Links in der Textverteilung einfach hochladen und dann kriegt ihr einen Kiosk-Link, das ist so ein ganz, ganz langer Link, den ihr auf keinen Fall jemanden mitteilen dürft. Und das sehe ich immer wieder leider, dass die so einen Kiosk-Links, das ist wie gesagt ein langer Link mit Hashtag und ganz vielen Zahlen, dass der irgendwo nur geshared wird. Das dürft ihr auf keinen Fall machen. Nicht auf Twitter, nicht auf WhatsApp. Der ist dafür gedacht, dass ihr auf einer Konferenz zum Beispiel, auf dem Monitor, wo keiner die URL sieht, das zeigt, oder in der Twitch-Stream, wo keiner die URL sieht, das zeigt, denn das ist halt dieser immer sich erneuernde. Ja, und dann seid ihr eigentlich durch, was ihr dann auch machen könnt, zum Beispiel hier in Colorblend, das ist so eins der bekanntesten Tools, um seine NFTs in dem Discord zu verifizieren und dann freigeschaltet zu werden, ist auch sehr einfach. Da muss man nicht mehr coden, sondern man geht einfach auf Colorblend und dann sieht man hier als Admin seinen eigenen Discord und jetzt habe ich hier, sage ich, alles klar, New Token Granted Roles und jetzt gibt es einfach hier die Rolle, okay, die habe ich hier schon, Borob-Besitzer, klick auf Add New, gebe hier ein, alles klar, Social NFT Paris, Member, Chain-Type ist in dem Fall Gnosis, dadurch, dass es halt dann, jetzt halt in Anführungszeichen kostenlos, Typ ist Borob und das ist dann sozusagen die Event-ID, die euch dann das Borob-Team entweder in eine E-Mail schreibt oder die hier auch immer sehr, sehr, ja, dominant einfach schon in der ersten Spalte steht. Das kann auch einfach mal irgendwie Spaß machen hier auf dieser Event-Liste, einfach mal ein bisschen zu surfen, sich mal so angucken, wie erstellen andere Poops, wie wird das so ausgefüllt, das ist alles ziemlich transparent wie so ein Open Ledger, da kann man sehen, aber auch irgendwie mal interessante Optionen zu sehen, gucken, was sind so für, gerade für Events. Also das ist der letzte Schritt für dieses Token-Gate, weil dann kommen halt die Leute auf euren Discord und sehen dann zum Beispiel hier diesen Kanal Poops bei mir, den man vorher halt nicht sehen könnte, hier sieht man halt die ganzen, die ganzen User, zum Beispiel hier, Palms hat die Rolle Poop-Besitzer und nur deswegen sieht er halt hier diesen Kanal. Ja, also, das war jetzt eine ganze Menge, fassen wir mal ganz kurz zusammen, Poop ist der Nachweis, dass ihr auf dem Event wart, entweder online oder offline, es ist kinderleicht, einfach die App zu installieren, draufhalten, fertig, keine Seed-Phrase oder so und dann fängt man an zu sammeln, es macht irre Spaß, man kommt mit Menschen in Kontakt, irgendwann spürt man es helft irgendwie das Bedürfnis, der, ich will jetzt auch ein Poop und dann macht es einfach, geh auf die Seite, erstell dir deinen Job mit Name und Bildchen und dann kriegst du deine Links, zum Beispiel 50 Stück und die kannst du dann entweder den Leuten irgendwie zuschicken, diese Claim-Links, der nur einmal verwendbar ist oder du machst dir diesen Kiosk-Link, wenn du irgendwie selbst Aussteller bist oder einen Twitch-Stream hast oder aber du erstellst dir hier so eine Karte, die kostet wirklich ein paar Cent, wenn du aus Köln kommst, ich hatte davon noch so viele rumliegen, kann ich einfach ein paar mitbringen, die kann man sich auch verzieren mit deinem PFP wiederum oder hier habe ich einen kleinen Poop-Aufkleber und dann passt das. Was man noch machen könnte natürlich, also mit diesen Aufklebern entweder, ich habe schon einen gesehen, der hat hier noch den NFT-Chip draufgeklebt und dann jeden NFC-Chip, da gibt es halt so Apps zum Beschreiben, hat der mit einem Unique Key gemacht. Ich glaube, wenn man keine Kinder hat, die das für einen übernehmen oder so, also ich glaube, das ist echt ein bisschen Pain in die Ass und auch natürlich nicht so umweltfreundlich, glaube ich, von daher würde ich sagen, geht der lieber auf Wiederverwendbarkeit. Cool ist, wenn ihr natürlich irgendwie ein Shred habt, wo ihr das direkt eingestickt habt, bei denen von Artefac jetzt nicht, der ist nicht beschreibbar, Pain, ich glaube von 9DCC, also G-Money, da geht's, die haben wiederum, glaube ich, noch ein eigenes, komplettes Framework, erkennen wir an diesem bunten Rahmen oder halt diese Karte und da vielleicht noch eine Besonderheit, ich habe ja eben gesagt, den Kiosk-Link auf keinen Fall sharen, wiederum da könnte man es, glaube ich, sharen, man könnte sich den Kiosk-Link zum Beispiel da drauflegen oder noch besser, damit du nicht jedes Mal neu beschreiben musst und so, du kennst vielleicht Bitly oder du hast irgendwie eine Subdomain, die irgendwie eingerichtet zu einem 2-Euro-Strate, irgendwas Web-Paket und da kannst du dir dann irgendwie dispenser.deinname.com einrichten und dann immer im Backend auf den gerade laufenden Kiosk-Link irgendwie setzen, da hat man halt den Vorteil, dass halt die Leute siehst halt, wer dir gegenüber steht und das geht ja in der Regel auch so schnell, dass er die URL nicht sieht, wenn sie kurz im Browser erscheint und ich glaube, der wird dich dann auch nicht scammen und die URL dann eben reverse ingenieren, das könnte man auch machen. Ich habe es ähnlich gemacht, weil ich dieses Kiosk-System schon ein bisschen wild finde, immer mit diesen QR-Codes und so weiter. Ich habe mir einfach selbst einen Dispenser gebaut, das heißt, ich nehme die 50 Links, packe die in der SQL-Datenbank und dann ist es so, am Anfang zeigt der Pointer sozusagen auf die erste Zeile, jemand scannt die Karte und dann geht der Pointer auf die zweite Zeile, heißt, im schlimmsten Fall wird halt die Zeile 1 nicht verwendet, weil der User irgendwie das 1 kennt und dann doch nicht einlöst. Aber erstens, das ist nicht schlimm, das kostet nichts und zweitens halt die Deaktivierung, die Activation Rate so hoch bei Poops, dass es fast gar nicht irgendwie auftritt. Das ist so eine Möglichkeit, geht aber jetzt wirklich ins Detail, also entweder mache ich dann nochmal ein separates Video oder ihr kommt auf meinen Discord oder aber wie gesagt, wir telefonieren mal eine Runde und dann lohnt mir so ein bisschen aus, welche Möglichkeit der Poop-Distribution ja für dich oder für deine Company dann interessant ist. Also in dem Fall Happy Poop Farming könnte also noch ein Thema werden für 2023. Kostet nichts, macht Spaß, bringt Leute zusammen. Bis dann.